Oh! Gib Gas! Oh, das war ein bisschen du da. Haben wir ja. Ey! Was denn? Ne. Jo. Das ist echt cool. Das kriegst du auch das denn. Warte mal, wir müssen das authentischer gestalten. Was denn? Ey, wir müssen die Richtung wechseln. Ey, wir müssen die Richtung wechseln. Was ist das so? Epic Win! Alter, mein Konstrukt ist so stabil, dass es den Hänger nicht umgerissen hat und nicht. Ja. Das ist eigentlich überraschend, ne? Und die Kamera findet den Inzidenten. Ich bin, äh... Der Ort sind... Ne, wir haben hier vorne Inzidenten, wir haben hier nur ich schon. Ist denn das noch nicht? Braucht nicht. Das ist sicher. Ne, das ist's nicht der Ort. Eine Eitelzeitige Gass. Ne, was? Ne, eine Eitelzeitige Gass. Eitelzeitige Gass. Ne, Eitelzeitige Gass. Ne, Eitelzeitige Gass. Eitelzeitige Gass? damit das lieber nachlaufen ist. Auf jeden Fall, ich hab so viel drauf, Alter. Eigentlich hätte ich noch Nasen gewissen. Den gibt man jetzt den Leger, den hab ich geholfen, das macht keiner ordentlich so verbraten, und dann in den See ran, oder? So! Na, hier bespielt ihr mal.